Die Firma Ecker investiert am Stammsitz St. Johann in Tirol 20 Millionen Euro in die Automatisierung. Mit neun Maschinen können jährlich 26 Millionen Quadratmeter an Möbelplatten hergestellt werden. Das entspricht einer Fläche von 3600 Fußballfeldern. Außerdem wird eine neue Pressanlage installiert, mit der hochwertige Holzimitationen hergestellt werden. Im letzten Geschäftsjahr hat das Holzunternehmen Ecker weltweit knapp 2,7 Milliarden Euro erwirtschaftet.